Microsoft SharePoint ist ein extrem mächtiges Tool. Eine spannende Sache, die man damit machen kann, ist die Dateiablage fürs Team. Was das für Vorteile mit sich bringt, das sehen Sie in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Miller und wir nutzen SharePoint zusammen mit Microsoft Teams, bei uns im Unternehmen für die Zusammenarbeit. In diesem Video möchte ich Ihnen einige Funktionen und Vorteile der Dateiablage auf SharePoint vorstellen. Los geht's! Microsoft SharePoint ist eine Online-Plattform für große und kleine Unternehmen. Mit SharePoint können Online-Intranet-Seiten erstellt werden, auf denen Nachrichten und Dokumente zwischen Personen geteilt und bearbeitet werden können. SharePoint funktioniert komplett über den Webbrowser, das heißt, man kann problemlos sowohl von Windows als auch von einem Mac aus zugreifen. Für Geräte mit kleinem Bildschirm gibt es eine kostenlose App für iOS und für Android, die dann einfach optimiert ist für den kleinen Bildschirm, um von dort auf SharePoint zuzugreifen und Dokumente auch zu öffnen und zu bearbeiten. Manche Großunternehmen haben SharePoint auf einem eigenen Server installiert. Dann gibt es auch noch das Produkt SharePoint Online. Das ist bei einem Microsoft-Server installiert. Dieses Produkt ist für kleine und mittelständische Unternehmen sehr weit verbreitet. Hier ist SharePoint auf Microsoft-Server gehostet und das ist auch bei verschiedenen Office 365-Plänen enthalten. Zum Beispiel hier Office 365 Business Premium ist sehr verbreitet. Das setzen wir bei uns auch intern im Unternehmen ein. Auch da ist der Dienst SharePoint Online integriert. Um Ihre SharePoint-Seite zu öffnen, gehen Sie auf office.com. Dort finden Sie die App SharePoint Online. Und wenn Sie jetzt bereits mit SharePoint arbeiten, sehen Sie hier die SharePoint-Seiten oder SharePoint-Gruppen, in denen Sie Mitglied sind. Ihre SharePoint-Seite ist auf einem Microsoft-Server gehostet. Der erste Teil der URL tempus.de bei uns ist Ihr Organisationsname und der zweite Teil sharepoint.com, außer Sie benutzen eine eigene Domain. Sie können natürlich diese Seite auch direkt im Browser als Lesezeichen speichern, um später einen Direktzugriff darauf zu haben. Wenn Sie eine neue SharePoint-Webseite erstellen wollen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, direkt im Browser. Über Webseite erstellen können Sie eine neue Seite anlegen. Es gibt zwei Haupttypen. Einmal eine Team-Seite. Hier liegt der Schwerpunkt E hier auf Dokumentenmanagement. Und dann eine Kommunikations-Webseite. Hier geht es, wie der Name schon sagt, mehr um das Thema Kommunikation. Möglichkeit 2, um eine SharePoint-Seite anzulegen. Das machen wir in der Regel hier im Unternehmen so. Läuft über Microsoft Teams. Wenn Sie dort ein neues Team erstellen, dann wird automatisch im Hintergrund eine SharePoint-Webseite erstellt. Dort werden dann die Dateien gespeichert und so weiter. Und zu Microsoft Teams gibt es auf unserem Kanal auch ein ganz eigenes Tutorial. Innerhalb einer SharePoint-Dokumentenbibliothek können Sie über den Button Neu zum Beispiel einen neuen Ordner erstellen. Sie können aber auch direkt neue Dateien anlegen, wie zum Beispiel Word, Excel, PowerPoint oder ein OneNote-Notizbuch. Sie können nicht nur neue Dokumente erstellen, Sie können auch bestehende Ordner und Dokumente einfach hochladen, indem Sie zum Beispiel aus dem Explorer die Datei mit Drag & Drop nehmen und auf der SharePoint-Arbeitsfläche ablegen. Dann werden Sie automatisch hochgeladen. Wenn Sie eine bestehende Datei markieren, können Sie diese öffnen und im Browser direkt bearbeiten oder auch herunterladen, um sie offline zu bearbeiten oder eben sogar löschen. Manche denken, dass man mit SharePoint nur online im Browser arbeiten kann. Das stimmt aber gar nicht. Nutzen Sie dazu die Funktion Synchronisieren, um SharePoint mit Ihrem OneDrive zu synchronisieren. Ich zeige mal, wie das bei mir im Explorer aussieht. Ich habe hier den Eintrag die Tempus GmbH und hier habe ich dreimal eine Dokumentenbibliothek einer SharePoint-Gruppe, die ich komplett offline synchronisiert habe und heruntergeladen habe. Das heißt, ich kann die Dateien auch offline auf meinem Computer bearbeiten und dann später erneut mit SharePoint synchronisieren, sobald ich wieder einen WLAN-Zugriff habe. Das finde ich super praktisch. Genauso wie man es von OneDrive auch kennt. Klicken Sie bei einer Datei rechts im Kontextmenü auf Versionsverlauf. Hier können Sie die komplette Versionshistorie sehen, wann Änderungen gemacht wurden, von welcher Person Änderungen gemacht wurden, wann die Datei erstellt wurde und so weiter, von Version 1 bis in diesem Fall Version 15. Sie könnten auch eine ältere Version wiederherstellen. Das ist eine super interessante Möglichkeit, um Änderungen in einem Dokument über den Zeitverlauf nachzuvollziehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auch noch bei ganz wichtigen Dokumenten automatische Änderungen informiert werden wollen, klicken Sie ebenfalls im Kontextmenü rechtsklick auf Mich benachrichtigen. Hier können Sie sich automatisch zum Beispiel per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald jemand eine Änderung im Dokument vorgenommen hat, zum Beispiel bei jeder Änderung oder auch eine wöchentliche Zusammenfassung einmal die Woche zuschicken lassen. Um Dateien aufzufinden, können Sie alle Spalten ganz einfach sortieren, filtern und gruppieren. Wenn Sie sehr viele Dokumente in einem Orden haben, können Sie dazu noch mit Metadaten arbeiten. Das funktioniert so, dass Sie weitere Spalten hinzufügen. Als Beispiel, wenn Sie viele Angebote in SharePoint ablegen wollen, könnten Sie als extra Spalten für Metadaten noch den Außendienstmitarbeiter hinzufügen. Das wäre dann Person oder auch ein normales Textfeld. Und als zweite extra Spalte noch das Erstellungsjahr, zum Beispiel dann als Zahl. Und dann können Sie bei jedem Angebot noch den Außendienstmitarbeiter und das Erstellungsjahr extra eingeben und auch nach diesen beiden Spalten mit den Metadaten ganz einfach sortieren und filtern. Das heißt, mit wenigen Klicks könnten Sie sich alle Angebote für den Außendienstler Müller aus dem Jahr 2008 anzeigen lassen. Diese Möglichkeit, extra Spalten hinzuzufügen und Metadaten zu verwalten, ist eine mächtige Funktion, über die wir sicher noch einmal ein extra ausführliches Video produzieren werden. Darüber hinaus können Sie natürlich auch ganz normal die Suchleiste verwenden, um die Dateien nach einem Suchbegriff zu durchsuchen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video geholfen, Microsoft SharePoint noch besser zu verstehen. Wenn Sie sich für das Thema digitales Arbeiten mit Office 365 interessieren, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal, indem Sie unter dem Video auf den Button abonnieren klicken.